Ambiente nach Maß. Als renommierter Experte im Bereich des anspruchsvollen Innenausbaus bietet die Trockenbau Castrati GmbH erstklassige Ausführungen. Detaillierte Konstruktionen und handwerkliche Präzisionsarbeit zeichnen das 1998 gegründete Unternehmen aus, das unter der Leitung von Ramis und Britta Castrati vielfältige Projekte realisiert. Ob Neubau oder die Sanierung von Altbauten in Kooperation mit versierten Partnern, ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Büro- und Verwaltungsgebäude, Arztpraxen, Einkaufszentren, Restaurants oder kulturelle Einrichtungen. Im Fokus des breiten Portfolios stehen moderne Innenausbaukonzepte, die von einem qualifizierten Fachkräfteteam umgesetzt werden. Auf dieser Basis stellt das Einziehen von Wärme- und schalldämmenden Wandsystemen speziell für flexible Raumgestaltungen einen ebenso hohen Stellenwert dar, wie unterschiedliche Deckenkonstruktionen, die neben akustischen Eigenschaften auch die Raumästhetik nachhaltig prägen. Bis hin zur Errichtung von Brandschutzsystemen und der Wohnraumschaffung durch exklusiven Dachgeschossausbau entwickelt Trockenbau Castrati individuell beste Lösungen. Perfekt in Funktion und Design. Beratung, Planung, Umsetzung. In allen Bereichen nutzen Kunden Fachkompetenz und qualitätsstarke Leistungen, die höchste Anforderungen erfüllen. Trockenbau Castrati GmbH. Ihr zuverlässiger Partner, wenn Ideen, Flexibilität und Zuverlässigkeit gefragt sind.